ja ich ging davon aus dass alle möglichkeiten die angegeben sind auch hier anpassen müssen aber natürlich ist es nicht so dann wenn das hier gelb ist dass da lila sie mal dann muss das hier genau das ist austauschbar denke ich welche farbe hätte diese drei hier wohl das das denke offensichtlich ist etwas heruntergebrochen nein und sichtlich ist irgendetwas heruntergebrochen wie gesagt also wollte die blaue 2 drücken macht die gut es klickt und wieder einmal wird neben der riesigen goldenen türen im portal ein weiterer kleiner gang freigegeben den ihr öffnen könnt und steht dann in den thronsaal er ist riesig gewaltig groß ihr könnt wieder einmal den himmel nicht erkennen irgendwas scheint dort oben wohl zu phosphores zieren zumindest gibt es ein leuchten überall sind gigantische säulen und dick wie ein pferd an die sich abzeichnen und in den himmel wachsen einige sind wohl aus stahlagnaten gearbeitet worden also stahlaktiden und stahlagmiten die in der mitte zusammengewachsen worden sind und dann sich kunstvoll in den himmel drehen an einigen säulen könnte sogar treppen erkennen die in den himmel führen und könnt dann hindurch treten durch diese durch diesen kleinen nebenraum der ebenmals verborgen war könnte tatsächlich auch den streitwagen mit führen es gibt hier viele verschiedene richtungen die dann auch beschildert sind so dass dann beutags oder massavo eltern sich hier auch zurechtfinden könnten und es gibt ja ein großes mosaik auf dem boden was die gesamten die gesamte binge anzeigt mit den zahlreichen gebuddelten gängen durch wird klar wie riesig das ganze ist wie viele tausende von zwerge hier ehemals reingepasst haben vor vielleicht 4000 oder 3000 jahren es gibt darstellungen von zwergen königen von hochkönigen feiern sind die ganzen zwerge in die jemals leben ich weiß es nicht erscheint wir sind hier etwas gestolpert das ich selbst nicht erwartet habe bin beeindruckt von diesem tun klar es wohl her sein mag seit diese hallen betreten wurden von einem zwerg und ich glaube gar noch nicht so lange her entsprechend der spuren die wir gesehen haben ja was und eltern wollen wir einmal diesen plan abzeichnen für den fall dass irgendwo zwischendurch etwas eingestürzt ist damit wir uns orientieren können ich fange sofort an mit dem zeichen ich würde mal nach vorne zum thron gehen ihr könnt auf der einen seite auch erkennen wie dort wohl die zacken enden und sich die binge verläuft in tobrieren zumindest ist es hier nicht als tobrieren bezeichnet sondern der weg nach logolosch und chatador auf der einen seite könnt ihr auch noch die binge erkennen die wohl ganz in der nähe zu sein scheint allerdings gibt es wohl keine verbindung aber radolosch soll wohl auch sich irgendwo im süden von hier befinden weit im süden ist denn auf diesem der zeichnung da der weg eingezeichnet durch diese binge oder ist das mehr so ein grober plan nee der der plan ist unglaublich genau also wenn du das abzeichnet damit kann man sich sicherlich sehr gut orientieren unglaublich kunstvoll würdet ihr mir zur seite stehen teilweise aus silber gegossen dann würde ich jetzt unser weg hier raus praktisch abzeichnen gut ihr könnt weitere throntafeln erkennen brüchige pergamente mit endlosen zahlen kolonnen die darauf sind irgendwelche hämmer irgendwelche feuerschalen einige überbleibsel von alchemisten die ihr wohl auf irgendwelchen tischen liegen verrottete bierfässer weitere pilze die hier wohl auch kunstvoll geschnitten worden sind so dass sie dann ein kunstwerk bilden dreidimensional könnt dabei vielleicht sogar teilweise so dreidimensionale strukturen erkennen wie sie von den trollen kennt aber sie wirken dann doch zwergisch auf euch also es ist ein merkwürdiges gefühl der harmonie einige kristalle die hier wohl auch drapiert worden sind geschliffen die aber mir auch an den kristall erinnern zumindest von der farbe an den kristall den ihr auch gefunden hat auf dem ja draußen an den leichen bauertag schaut einmal hier ja ich sehe es der hübscher kristall in der tat er hat eine bemerkenswert die ähnlichkeit mit denen kristallen an den toten nicht wahr das stimmt das stimmt wohl ich denke wir sollten ihn hier so lassen wie er ist seht ihr diese harmonie die gibt und die was sind das für kristalle ich kann das mit der sicherheit sagen dann vermutet besser nicht wieso weil ich mich gerade wenn es um das gebiet der steine und regelsteine geht also ein gebiet auf dem ich mich eigentlich gut auskennen sollte nicht wirklich mit vermutungen abgeben möchte wenn ich es nicht sicher weiß sind sie magisch glaube nicht nein würde sie trotzdem die etwas dagegen wenn ich sie magisch untersuchen nein aber ich würde sie dort belassen wo sie sind ich möchte die harmonie nicht zerstören ich wollte sie auch nicht anfassen dann gut versucht sie magisch das ist eigentlich kein problem werde mir in der zwischenzeit den thron noch ein wenig näher ansehen vielleicht finde ich dort noch etwas interessantes aber ja dann ist wohl auch schon an den thron herangetreten und was dich dort wohl vor allem fasziniert das nicht so der thron sondern vielmehr das wandgemälde was wohl marda abzeichnet und für dich als bandstrahler von besonderem interesse ist das bild ist kunstvoll aber in einem thronsaal zu haben solchen erzfräflerin beschaut zu werden während man herrschen soll erzfräflerin naja wenn ihr meint naja zeit zwerg der kristall ist magisch ja es gibt eine seltsame harmonie aus feuer erz und humus das habe ich noch nie gesehen ich denke wir sollten diesen ort so lassen wie er ist nicht wahr wir haben das wichtigste gefunden der karte alles andere ich habe immer mehr das gefühl überschweigt etwas aber ich sehe oder reicht das ist das vielleicht was ich verschweige ist nicht von belang für euch wir sollten diesen ort trotz alledem verlassen vertraut mir einfach in diesem du erkennst wohl wie dort eine zeichnung unglaublich komplex aber genau angebracht ist von aventurien du kannst erkennen die beschriftung das sind rogolan scherun angramm dann siehst du was wie fekano wald eisenwald xorlos waldwacht ferdoc schlund und ein zeichen wohl für diese binge du siehst weitere die lande der trolle die schwarze sichel lorgolosh und du kannst wohl aus der geschichte die dieses mosaik sehen wie die brillant zwerge von marder verflucht worden sind auf ihre ewige reise zu gehen ein letztes wort was du nicht ganz identifizieren kannst denn rogolan ist zu schlecht ich bin schon wieder nach vorne gegangen was drücke mich nochmal um nochmal das gemälde an warum hängt dann mal hier die brillant zwerge sind verflucht holt sag mal wessen binge war das mit einem gräueln hören was unter dem thronsaal da klingt tiefes gräueln was durch den berg geht ich sagte wir gehen punkt was ist das für ein geräusch das wollte ich auch insofern ich verlasse den thronsaal geht los vorwärts ich bin immer noch beim zeichnen vorwärts so könnt ihr ja pack eltern an fragen wenn es nötig ist ja während eltern gerade noch zeichnet du merkst wohl wie dich jahrland von hinten packt da willst du den letzten strich gerade setzen und siehst wie das mosaik unter dir durch dieses scrollen es verhandelt sich in so ein kleines erdbeben und ein erster spalt der sich in diesem mosaik auftut und ein langer riss der sich durch die silbergelüfen durchzieht raus hier ich fange uns rennen ich schnapp mir noch meine zeichen und dann lauf ich zieh ihn auf den ja los geht's ja setzt euch auf die streitwagen beziehungsweise versucht den karren zu drehen versucht dann alle irgendwie reinzuladen vielleicht noch ein zweites pferd dann an den karren anbinden damit das pferd von abel mir dann nicht ganz so schwer zu tragen hat und könnt dann wohl merken wie durch die laute stimme von jala irgendetwas in diesem berg angefangen hat zu leben und während ihr dann lang reitet den weg hattet ihr schon auf der kleinen karte gesehen orientiert euch dann weiter vor allem an der nase von boltax entlang und auch der karte von eldern gorbas könnt ihr an den wachstuben vorbei den aufzügen bis ihr dann vor einem großen weiteren garten steht wohl weitere pilze die hier dunkel und schleimig wachsen und während ihr dann an dieser grotte vorbeifahren wollt könnt ihr wohl sehen wie ein weiterer riss durch den bergen durchgeht und das erste wasser von oben eindringt ich weiß nicht was hier gerade passiert offensichtlich bricht wasser ein und offensichtlich hat ja sonst etwas damit zu tun also vielleicht könnten wir uns darauf konzentrieren hier erstmal raus zu kommen wer fährt den wagen der streitwagen oder den karrenwagen der fährt vor das bin ich gut wo ist boltax auf der quadriga vermutlich gut auf der quadriga stehst du also gerade neben ihm jalan du siehst wie sich der tunnel wohl ein bisschen gerade teilt nach links und rechts es gibt keine mitte die boltax schon angepriesen hat es gibt einen weg nach unten und einen weg nach oben wo wir zu lang fahren boltax hoch oder runter hoch dann geht's hoch dann geht's hoch in einem ja einer spirale fahrt ihr dann nach oben ihr könnt wohl sehen wie weitere risse euch entlang folgen warum wollt ihr ja nicht nach unten der kristallstaub in der luft wird mehr und mehr beziehungsweise silberstaub und ihr könnt wohl wieder so ein bisschen kalte luft spüren das scrollen wird leiser was ist da unten? was bedeutet kardomatrosch? nichts was euch interessieren müsste es interessiert uns gerade denn der scheiß berg bricht auseinander und warum tut er das? weil ihr rumgeschrien habt garstiger kleiner auf mich gehört und wird gegangen als ich gesagt habe wir gehen wir haben das alles nicht passiert es hat wohl gerade wieder vorbeigefahren an einem der bergwerke konnten noch sehen wie ein riesiger gigantischer kran gerade einstürzt und sich bedrohlich in eure richtung neigt ich reiß die karre ein wenig nach links drehe mich um um zu sehen was die anderen machen ob wir die überhaupt noch hinter uns haben sie werden kleiner und kleiner würfel mal ein fahrzeug in den Probe plus drei jetzt kommen die scharfen Ausweichbewegungen die Umlenkrollen die über die festen Seilen durchlaufen Stahlseile kannst du ein Laufrad entdecken was groß ist wie ein Mensch was sich wohl gerade in die Richtung von euch dreht und neigt und du kannst sehen wie schwere Fuhre aus Steinen auf dich zukommen die wohl immer noch am Kran befestigt waren reißt in der letzten Sekunde dann den Streitwagen zur Seite donnert einmal ein paar Steine die über dir herausbrechen bis dann die Quader die tonnenschwere Last nach unten stürzt größt knallt Können von hinten irgendwie Warnrufe hören und dann den Wagen einmal langsamer werden lassen wenn ihr dann seht wie Abel mir dort mit seinen Pferden entlang kommt Isa rutscht dann den Warnkegen von aus Ja offensichtlich Wird euch in der Karte orientieren Die beiden vorne haben das wohl eher intuitiv gemacht aber wenn man sich in der Karte von Eldern orientiert würde man natürlich wissen dass es nach links gegangen wäre nach oben und nicht die verschlungenen Pfade nach unten in Richtung der Kristallgrotten Dort soll wohl ein weiteres Bergwerk der Kristalle sein Eldern konnte wohl noch eine Bezeichnung erkennen die auf dieser Karte notiert war in den angrammschen Roden den heiligen Roden des Volkes Träume aus Blut und Feuer Das wird notiert aber nicht erwähnt Gut, so könnt ihr weiterfahren und während die anderen aufgerollt haben könnt ihr dann wohl erkennen wie auf der rechten Seite hat sich wie gesagt jetzt dieses Bergwerk wieder vor euch geöffnet so wie ihr schon gesehen hattet jetzt allerdings wohl viele Meilen weiter im Inneren der Trollsacken wie dort wohl auf den gerüsten Wesen stehen sie sehen klein aus wie aus Kristall zwergengroß oder wie aus Glas sie sehen unbewegt aus aber Voltax du spürst wie Panik in dir hochwallt Ja, ich würde mich darauf konzentrieren meinen alten Willen anzuwerfen und ansonsten versuchen mir nichts anmerken zu lassen denn gegenwärtig weiß nicht ob sie aggressiv uns gegenüber reagieren aber sie tun gar nichts als ob sie tot wären als ob sie Glaskonstrukte oder einfach unbelebtes Wesen wäre stehen sie dort einfach nur so schauen euch an aus unbelebten Augen wie weit stehen die von uns entfernt auf der anderen Seite der Höhle also du würdest sagen sicherlich 50 Schritt entfernt die Höhle luminisiert aufgrund von irgendwelchen Pilzen die da wohl wieder wachsen und das ganze dann ja in ein merkwürdiges blaues Licht tauchen der kristallstaub in der Luft ist auf alle Fälle sehr viel höher geworden beziehungsweise mehr es ist kein Silber mehr eine Zechenprobe bitte Voltax aber es ist ein mineralisches Gift das ist auf alle Fälle schon mal gut Zwerge dagegen nicht immun oder nur resistent resistent genau Voltax was ist das? Moment du bist nicht da nicht da also ihr könnt auf alle Fälle ja klar ihr seid jetzt mittlerweile nebeneinander wieder ich eite die ganze Zeit euch dann hinterher ja ihr habt das zweite Pferd wieder angebunden damit Abel mir schneller fahren kann aber habt genug Platz auf dem Wagen also wie gesagt die anderen haben kurz angehalten damit ihr dann aufholen könnt so fahrt ihr jetzt nebeneinander rumpelnd mit dem beiden Wagen also Streitwagen und dem Karren mit dem Drakundas darauf ihr könnt wohl bemerken das tut sie jetzt nicht zum ersten Mal wie die schwarze Kugel so ein bisschen vibriert habe ich solche kristallwesen schon mal gesehen kann ich irgendwas damit anfangen nein sind sie das kristallgolems nein sag mal Eltern du kannst doch Zwerge ja was bedeutet auf ins Abenteuer ja so etwas wie auf ins Abenteuer warum steht das im doch jetzt egal wir müssen die raus die Zwerge doch gar abenteuer lustig sind würde ich annehmen das ist richtig sonst wäre ich ja nicht hier mit euch und der Zwerg den wir kennen der ist ja auch immer viel unterwegs ich sagte doch der Angaben hat mehrere Bedeutungen natürlich viele sogar was wären eventuell andere Bedeutungen Fluch der Hahn man könnte auch Fluch der Aden das klingt weniger gut auf dem da war eine Karte von den von den Bingen der Brillanzwerge faszinierend warum habt ihr nicht Bescheid gesagt ich hätte sie so gern abgezeichnet und das wollte ich gerade da zerbrach dieser Berg während ihr weiter laut geschrien habt entlang rumpelt könnt ihr sehen wie wohl ein totes Zwergenpony am Rand liegt was allerdings nicht mehr wirklich wie ein Pferd fleischlich aussieht das ist auch nicht verrottet das ist einfach nur aus Blas ich mache mir so langsam Sorge um diese Blaswesen Kristallwesen fahrt das ist doch keine Kunst mehr das ist doch das war doch mal ein Lebewesen ja während ihr daran entlang rumpelt nochmal den Wagen so ein bisschen umschwenkt könnt ihr wohl auch sehen wie es dort wohl getrocknetes Blut gibt direkt neben dem Toten Pony wir sollten weiter wir sollten weiter fahren dass wir hier raus kommen wo geht's lang dort er hat recht dort das tiefe Grollen aus dem Berg wird leiser und scheint sich wohl von dem Thronsaal hinter euch mittlerweile sind es wohl in Meilen irgendwo von dort wird es wohl gekommen sein oder aber nicht von dem Thronsaal sondern von der Kristallgruft was wächst da unten nichts nichts was euch interessieren müsste haltet Abstand davon ich habe es euch im Thronsaal gesagt ihr habt nicht auf mich gehört und wir hatten das mal hören wenn ihr mir einfach vertrauen würdet wäre die Sache hier viel einfacher wie sagen wir denn vertrauen wenn ihr uns nicht sagt was los ist wie soll ich euch etwas sagen wenn ihr mir nicht vertraut Boltax würfel mal eine Selbstwertungsprobe Boltax hat nicht Unrecht nun wenn er uns vertrauen würde würde er es uns einfach sagen verratet ihr Boltax alles was bei euch in der Landwehr vor sich geht? wenn er fragen würde ja natürlich Boltax du hustest ein bisschen kannst du uns deine Hand vorhalten und merkst wohl wie du kleine Kristalle hustest ok dann wirds wohl Zeit für den Elementar beim Erz oder ist Kristall Elementar beim Eis? ich weiß es gerade nicht Feuer, Erz und Humus warum klingt das so unbequem dann lässt sich den Elementar beim Feuer ein also ich wirfe den Elementar beim Feuer um mich ein wenig zu schützen während ihr weiter rumpelt könnt ihr wohl mittlerweile das erkennen was Isaron auch unter einem Oculus Astralis gesehen hat die Wände werden organisch und das bildet sich sowas wie eine Haut wie ein Inneres es sieht fast so aus wie ein Nest wenn ihr so gerade an diesen Stollen an diesen Sippenstollen vorbeifahrt könnt ihr wohl erkennen wie dort so kleiner Pflaumen auf der Oberfläche der Höhlensteine wächst oder sich regt Lamellen die ihr erkennen könnt Isaron hat das Ganze schon wie gesagt gesehen aber noch nicht wirklich weit getragen außer dann in ihrer Nachtschicht die Luft wird heißer und wärmer feuchter ja also der Elementarband ich werde wahrscheinlich ihn in der Variante Zone machen und dafür vielleicht mal ganzen ASP raushauen aber das ist in Ordnung 27 ASP kann ich eine ortsfeste Zone von ZFD Schritt Radius erzeugen in der das Waffen von Sprüchen mit dem Merkmal elementar mhmhm in ZFP Sternpunkte erschwert ist und die ZFP stundenlang anhält und in der keine Mindergeister bestehen können außerdem Wollen wir denn hier bleiben? stundenlang? ne aber ich stehe doch auf der Quadriga ja stationiert heißt es fest ja ich weiß nicht zumindest der Fortifex kann ortsfest gemacht werden also zum Beispiel einen anderen sich bewegenden Boot richtig würde ich erlauben ok dann gucke ich mal ob der Elementarband funktioniert ja den kriege ich hin und ja der geht dann irgendwie genau los gut ja wie gesagt der Schweiß steht ihr auf der Stirn sicherlich nicht wegen der warmen Luft die ihr euch jetzt hier gerade durch die Tunnel entgegen bläst ähm aber während ihr weiter reitet sprintet mit euren Wagen auf der großen Straße entlang wieder einige Serpentinen nach oben in verschlungenen Faden aber immer den Karten von Eldan Gorbas folgend bis ihr dann seht wie die Tunnelwände komplexer werden ihr könnt kreuz und quer geriffelte Schwellung erkennen oder gezackte Sporn vielleicht einige kleine Krater die auf der Oberfläche sitzen oder wie ein Seepockenartiges Maul in dem ihr euch hier gerade befindet während ihr dann an riesigen und unsichtbaren Wedeln vorbeigleitet ich wende mich an Isaron schau dir die Wände an schon wieder das ist keine Binge das ist doch eine Globule das ist jedenfalls nein das ist keine Globule ich glaub nicht dass das so etwas ist ich glaube vielleicht ist das eine Art gigantischer Pilz das ist keine keine Globule das kann ich ausschließen ich habe keine Zeichen von Limbos Magie gefunden und auf Skala von 1 bis 10 wie Dämonenmarche siehts hier drin aus es erinnert dich daran aber weniger dämonisch mehr elementar da halte ich den Dank erstmal für mich also könnt ihr weiter vorbeifahren mittlerweile wirken die merkwürdigen Sippenstollen nicht mehr wie Nester sondern eher wie Nährbeutel oder Geburtssäcke mit bösartigen mörderischen Winden die da rauskommen die euch warm um die Ohren und die Nasen streifen Wolltags Murmelt wieder die Runen hat wohl keinen Sinn und Zweck mehr für die Schönheit dieser Binge und den ganzen Bildern die euch hier entleiten während ihr an ihnen vorbeifahrt viele viele Meilen im weiteren Berg folgen vielleicht noch eine Abkürzung nehmen die El dann gezeichnet hatte und die er gefunden hatte bis ihr dann seht wie wohl auch also was wie Nährflüssigkeit aus diesen Rinnen herausläuft und es erinnert euch vielleicht so ein bisschen an diesen weißen Pilz der aus den Wänden geflossen ist an dem sich Bolltags genährt hatte jetzt allerdings noch zäher weniger weiß sondern mehr wie ein Kristall das haben die das habe ich ihr angerichtet irgendwann auf der Reise könnt ihr die Pastillen von Jalan essen könnt ihr die Pferde weiter und weiter treiben da sie Glorana gehorchen werden sie wohl nicht unter den Auswirkungen der Ausdauer leiden aber irgendwann wird sich einer von euch entscheiden müssen vielleicht tut es Kiaras eines eurer Pferde zu opfern denn können wir die Pastillen ja bei den Pferden rein schieben kannst du auch machen das ist doch viel sinnvoller über meine kalte Leiche lassen wir meine guten Beutepferde drauf geben ja es geht nicht um es geht nicht um die 5 es geht nicht um die 5 von Glorana sondern um das eine was Abel mir hatte das ist auch das Maultier ja also wir geben die Pferde noch eher den Pferden weil die uns die ganze Zeit tragen also die haben auch eine Ausdauer nicht mehr wenn ich dafür ja gut auch eine gute Idee dann könnt ihr während die Pferde die Pastillen bekommen ja das kann sich da dann von Pferd zu Pferd nach vorne hangeln rüber springen und dann den Pferden das während des Rittes dann geben sodass ihr dann Meile und Meile gut macht irgendwann könnt ihr tauschen legt euch hinten auf die Wagen die dann rumpeln und so könnt ihr nach und nach versuchen dann zu schlafen neben Drakundas und Gnadukas die dann auf der Ladefläche summen und surren und diese merkwürdigen Schwingungen neben sich zu spüren bringt der Elementarban eigentlich was also merke ich dass der Staub um mich herum weniger wird oder gar doch ja merkst du klar lässt sich auch gleich viel besser atmen du hattest auch kurzes Gefühl als ob es giftige Gase wären aber in dieser elementaren Variante von Feuer Erz und Humus das muss nicht immer gut sein das kann dich auch töten und du hast das Gefühl dass du dem Tod jetzt gerade enttronnen bist du ich würde mir gerne einen magischen Blick auf die Kugel werfen vielleicht gibt es jetzt was preis kannst du wirken ich würde auf die Kugel wirken genau kannst du mal würfeln kannst du auch Zeit lassen weil während du nicht aktiv gerade lenken musst wird das natürlich funktionieren ihr werdet auf alle Fälle während der Reise ziemlich ziemlich schnell müde werden von dem Rumpeln von den Steinschlägen wie gesagt dieses Grollen unterhalb des Berges wird dann leiser und leiser je weiter ihr kommt aber es ist natürlich trotzdem anstrengend gerade in dieser Dunkelheit wenn man da reinsteht die Kugel verzehrt weiter die Magie greift nach deinem Odem und greift auch nach den anderen magischen Dingen also unter anderem jetzt diesen diesem elementaren Einfluss dem auch wohl Boltax zu erlegen scheint es ist also weiterhin eine schwarze glatte Oberfläche die dann Odem verschlingt und weiterhin magisch in magisch den greift doch den Inventarbar an oder verformt ihn in logischer Weise es greift nicht den Elementarbahn an sondern diesen Kristallstaub Ah Interessant Ich bald dieser kennt es erstmal für mich Gut dann könnt ihr merkwürdig vor euch erkennen wie wohl sich die Binge verändert und die Straße schmaler und schmaler wird Boltax das müssen die Ausgänge sein Jo das sind die Ausgänge wir haben es gleich geschafft Ausgänge? Welche nehmen wir denn? Mechanik eine Mechanikprobe bitte wo ich denn übernehme wahrscheinlich Könnt ihr alle machen? Dann kann man unseren qualifizierten Senf dazu geben Mechaniken, Handwerk? Mechanik ist Handwerk Wissen 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 Dann habe ich es nicht Aber mir du kannst erkennen während ihr langsam nach und nach dann die Wagen anhaltet über eine letzte vielleicht letzte große Brückefahrt wie ihr auf gewaltigen Zahnrädern fahrt das ist aber das ist wenn du das ist dann Untertitelung des ZDF, 2020